Der günstigste 992 GT3 Deutschlands rollt wieder. Und das nicht nur heute, sondern hoffentlich für immer. Denn ich habe ziemlich große Pläne mit dem Auto. Bevor wir uns darum aber kümmern und ich euch an diesen Plänen teilhaben lasse, bin ich euch erstmal noch einige Sachen schuldig. Neben den Kosten, die wir in diesem Video endlich aufdröseln werden, um zu schauen, ob es wirklich der günstigste 992 GT3 Deutschlands ist, natürlich auch der Carporn. Meine Damen und Herren, anschnallen, fertig machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Carporn meines 992 GT3s. Untertitelung des ZDF, 2020 Was für ein Traum. Ich kann es selber immer noch nicht glauben, dass das Auto fertig ist, dass es fährt und vor allem, dass es mir gehört. Ich stehe extra vor der Arbeit auf, um irgendwie noch eine Runde fahren zu können und das Auto mit allen Sinnen aufzusaugen. Also es ist wirklich keine Selbstverständlichkeit und ich bin über alle Berge. Aber dieser Traum kommt zu einem Preis. Einen Preis, den wir gleich aufdröseln und die Kosten sind schon wirklich saftig. Irgendwann kam mir die Frage, wie kann ich Geld mit dem Auto verdienen? Und nein, ich rede nicht davon, das Auto jetzt wieder zu verkaufen. Denn irgendwann ist mir aufgefallen, egal ob ich mit dem Auto fahre oder ob das Auto steht, jede Woche, jeder Tag, jede Stunde, jede Minute verliert dieses Auto Geld. Ja, die GT3s sind schon ziemlich wertstabil, aber Geld verdienen tut man nicht wirklich. Gerade dann nicht, wenn man das Auto fährt und vielleicht sogar, wie ich es dieses Jahr machen möchte, auf der Rennstrecke fährt. Irgendwann kam mir die Idee, wie ich mit dem Auto tatsächlich Geld verdienen könnte und wie ich den Traum von weiteren, noch anderen Autos verwirklichen kann und wie es vielleicht jeder andere von euch auch kann. Genau das könnte vielleicht sogar eine komplette neue Serie auf diesem Kanal werden. Bevor ich euch davon aber erzähle und bevor wir das durchrechnen und probieren, genau das zu tun, erstmal zu den Kosten und dafür zurück zum Schreibtisch. Also für euch zurück zum Schreibtisch. Ich fahre erstmal noch eine Runde. Saaltag bzw. Abrechnung. Die große Frage, ist mein 992 GT3 der günstigste 992 GT3 Deutschlands? Erstmal zur Einordnung. Der aktuell günstigste angebotene 992 GT3 Deutschlands auf mobile mit 21.000 Kilometern gelaufen. Wir schauen uns natürlich nicht die Autos an, die 100.000 Kilometer gelaufen haben, sondern der, der am ehesten, am nächsten an meinen rankommt, liegt mit 21.000 gelaufenen Kilometern bei 195.500 Euro. Kein Carbondach, was meiner hat, aber genau wie meiner kein Lift und ungefähr ähnliche Ausstattung. Das ist schon ein ganzes Brett. Und die Preise sind in den letzten Monaten tatsächlich gefallen, was mir nicht unbedingt in die Karten spielt, wenn ich wirklich den günstigsten 992 GT3 Deutschlands haben möchte. Bezahlt habe ich für meine am Ende 133.000 Euro brutto in kaputtem Zustand. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 133.000 Euro, ohne zu wissen, ob ich das Auto überhaupt mal wieder auf die Straße bekomme. Das ist ungefähr so viel, wie ich damals für die Projektwohnung bezahlt habe, was aber auch eine Immobilie ist, die mir monatlich wieder mehr Geld reinbringt und Stein auf Stein auf Stein ist. Auf jeden Fall das deutlich sicherere Investment als ein kaputtes Auto. Aber viel wichtiger die Frage, was hat mich die Reparatur gekostet? Weil am Ende hat alles funktioniert und das Auto fährt wieder und steht bestens da. On top habe ich für die Reparatur nochmal 54.000 Euro ausgegeben. Bedeutet, Einkaufspreis mit Reparaturkosten zusammen lag mein Auto bei 187.000 Euro. Was ein richtiges Brett ist. Denn es sind einige Tausend Euro günstiger als der nächstgünstige 992 GT3 auf Mobil. Man muss aber dazu sagen, meiner ist und bleibt ein Unfallwagen. Was der hier angebotene für 195.000 Euro nicht ist. Und geht man davon aus, den Händler von den 195.000 noch ein Stückchen runter zu handeln, kommen wir gefährlich nah an den Preis für meinen Unfallwagen ran. Lohnt es sich also jetzt, genau so ein Projekt zu machen, würde ich es irgendwem von euch empfehlen? Ganz klar nein. Wenn ihr absolute Experten seid und genau wisst, was ihr tut, dann könnt ihr ein paar tausend Euro vielleicht sparen. Oder wenn ihr sogar noch günstiger einkauft. Für jeden anderen, lasst die Finger davon. So viel Geld für ein Auto auszugeben, ohne zu wissen, ob es überhaupt irgendwann mal wieder fertig wird, ist völlig Banane. Ich hatte Glück, dass es am Ende funktioniert hat und bin damit mega happy. Weil ich natürlich auch Content machen kann. In allen anderen Fällen, hätte es nicht funktioniert oder würde ich keine YouTube-Videos machen, hätte das ein richtiger Reinfall werden können. Abschließend gilt es zu sagen, ja, mein Auto ist der günstigste 992 GT3 Deutschlands. All das, was ich immer wollte. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich die Kosten selber tragen wollen würde und mir nicht schon Gedanken gemacht hätte, wie ich mit dem Auto etwas mehr Geld verdienen kann. Bevor ich euch davon aber erzähle, mir den Mund weiter vorlich rede, Deckel ab, Pot hoch und ein Schluck Wasser. Dank meines Partners AirUp keinen normalen Schluck Wasser, sondern einen mit Geschmack. Gerade in den Phasen, in denen ich neue Ideen habe oder schon knöcheltief in Projekten stecke, vergesse ich alles um mich. Vernünftig zu schlafen, vernünftig zu essen und vor allem genug zu trinken. Seitdem ich aber AirUp entdeckt habe, ist Schluss damit. Und mein Ziel von zweieinhalb Litern Leitungswasser am Tag ist schneller erreicht, als ich gucken kann. Und das dank diesen kleinen Duftpots. Durch die ihr beim Trinken von normalem Leitungswasser das Gefühl habt, irgendwas mit Geschmack zu euch zu nehmen, obwohl es nur normales Wasser ist. Mit über 25 verschiedenen Pots habt ihr genug Auswahl, um immer wieder durchzuwechseln, ohne dass ein Geschmack langweilig wird. Easy mitzunehmen und der perfekte Begleiter für euren Alltag. Völlig egal, ob zu Hause, im Gym, Büro oder sonst noch. Und ich meine, ihr wisst, wie süchtig ich nach Mate, beziehungsweise allgemein nach Süßgetränken war. Und AirUp ist die perfekte Lösung. Jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken und mit dem Code DAVE911 10% über den gesamten Februar aufs ganze Sortiment bei AirUp sparen. Auschecken, jetzt viel Spaß weiter mit dem Video. Aber sei das alles mal dahingestellt. Ich habe am Ende knapp 190.000 Euro ausgegeben und die Frage, die mir ganz natürlich kommt, ist, wie kriege ich am besten das Geld wieder, ohne das Auto verkaufen zu müssen? Die Antwort scheint auf den ersten Blick so einfach wie genial. Eine eigene Sportwagenvermietung. Also könnte ich fast sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Serie. Ich gründe eine Sportwagenvermietung. Sternchen, Zusatznotiz, vielleicht. Ich rechne alles gemeinsam mit euch durch, schaue mir alles an, spreche mit Experten und entscheide dann, ob ich eine Sportwagenvermietung gründe. Ich meine, stellt es euch einfach mal vor. Ein Unternehmen, das die Möglichkeit schafft, all die Autos zu besitzen, von denen man immer geträumt hat. Und diese auch allen anderen zugänglich macht. Völlig egal, ob Lamborghini Huracan, M3 Touring, C63 oder 991 Turbo. Und all das ohne Scammy-Anbieter, bei denen jeder Kunde Angst haben muss, Schäden angerechnet zu bekommen, die man gar nicht verursacht hat. Oder sogar am vereinbarten Tag ohne Auto im Regen stehen gelassen zu werden. All das sind keine Überdramatisierungen, sondern Situationen aus eigener Erfahrung. Jetzt würde der ein oder andere dazu noch sagen, Achtung, der Automarkt fällt gerade komplett, bricht komplett in sich zusammen. Das ist aber de facto falsch. Zumindest im 911er-Bereich. Doug DeMuro, einer der größten Auto-YouTuber, hat ein ganzes Video darüber gemacht, wie der Markt gerade zusammenbricht. Und es stimmt de facto einfach nicht. Ich kann euch für genau diese Informationen den Kanal 4WheelTrader empfehlen. Und für jeden, den eine Preisentwicklung im Autobereich, gerade bei Supersportwagen, wirklich interessiert, ist dieser Kanal einsame Spitze. Und er bewertet zumindest den gesamten US-Markt alle paar Wochen zu allen relevanten Autos und stuft es ein. Was wir gesehen haben, ist, dass übers letzte Jahr die Preise gefallen sind. Und sich das in den letzten zwei oder drei Monaten schon wieder absolut stabilisiert hat. Und das in fast allen 911er-Bereichen. Klar, es gibt spezielle Modelle wie einen 997 GT2, die antizyklisch laufen. Oder einen 997 GT3 oder GT3 RS. Das hat alles nichts damit zu tun. Ich rede von den Standard-Modellen und den Carrera S und Turbo S und auch den 992s und 991.2 GT3s dieser Welt. Also, der Markt hat sich stabilisiert. Sieht gerade nicht so aus, als würde er weiterfallen. Und wir sind im Normalbereich, dort, wo die Preise vor der Pandemie auch waren. Während der Pandemie sind sie unheimlich in die Höhen geschossen. Im letzten Jahr ist der Markt dann komplett wieder gefallen. Aber nur auf das Level von vor Pandemie. Also, alles in bester Ordnung. Und ich schätze es so ein, dass er jetzt in den nächsten fünf Monaten nicht noch ewig weiterfällt. Aber ob der 992 GT3 überhaupt das richtige Auto dafür ist? Was wir sonst noch alles brauchen? Versicherung, Startkapital, Gründung. Wie wir das alles machen, probieren wir in den nächsten Videos gemeinsam herauszufinden. Um das aber vernünftig hinzubekommen, brauchen wir richtig viel. Vor allem richtig viel Daten. Denn ich will natürlich mein Risiko so klein wie möglich halten. Und habe deswegen einen Fragebogen online gestellt, wo ich unheimlich dankbar wäre, wenn ihn jeder von euch ausfüllen würde. Welches Auto würdet ihr mieten? Zu welchem Preis würdet ihr welches Auto mieten? Woher kommt ihr und würdet ihr überhaupt ein Auto mieten? Das und ein paar andere Fragen sind in wenigen Minuten beantwortet. Klickt also auf den Link in der Videobeschreibung und tut mir den Gefallen, um die nächsten Folgen so spannend wie möglich zu machen. Nicht zuletzt würde es bei dieser Idee auch wieder um ein riesiges Investment gehen. Heißt ja nicht, dass wir es nur beim 992 GT3 belassen, sondern vielleicht noch weitere Autos zulegen wollen. Also muss ich alles bestmöglich planen, auch um euch bestmöglich mit auf die Reise nehmen zu können. Welche Autos machen Sinn? Welche Autos wollen wir haben? Wir brauchen einen stabilen Webauftritt. Wie sieht es aus mit Flottenmanagement und GPS? Versicherungen? Ausfall von Autos? Verschleißteilen wie Reifen? Der Reinigung? Kostenmanagement? All das von vorne bis hinten wollen wir uns gemeinsam anschauen. Also vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Auch um die Gespräche mit Autovermietungsexperten zu verpassen. Wir sehen uns diese Woche Sonntag schon wieder und nächste Woche Sonntag geht es direkt mit dem nächsten Autovermietungsvideo weiter. Bleibt also dabei und freut euch auf die nächsten Videos.